An einem besonderen Tag, der Salbung eines neuen Priesters, brach ein Hund in die Kirche ein und verhinderte, dass die Zeremonie stattfinden konnte. Was der Hund jedoch offenbarte, als er den Priester umwarf, versetzte alle Anwesenden in einen Schockzustand, doch das Schlimmste sollte noch kommen. Die United Methodist Church, ein architektonisches Juwel im Herzen Kaliforniens in den Vereinigten Staaten, war in eine feierliche Atmosphäre getaucht. Die Sterne funkelten am Nachthimmel und wetteiferten mit den Lichtern, die den Weg für die vielen Gläubigen beleuchteten, die sich auf den Weg in den heiligen Bezirk machten. Es war eine besondere Nacht für die Gemeinde, ein Meilenstein im Kalender, der in die lokale Geschichte eingehen sollte. Im Inneren der Kirche boten die bunten Glasfenster ein Spektakel aus Licht und Farben, während der Duft von Weihrauch die Luft erfüllte und ein Gefühl der Transzendenz hervorrief. Der Novize Daniel, der im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit stand, war im Begriff, zum Priester gesalbt zu werden, ein Ereignis, das den Höhepunkt einer monatelangen Vorbereitung und Hingabe darstellte. In nur sechs Monaten war der junge Mann zu einer Säule der Gemeinschaft geworden, bekannt für seine Großzügigkeit, sein Einfühlungsvermögen und die tiefe Gelassenheit, die er ausstrahlte. Seine Fähigkeit, zuzuhören und zu trösten, hatte viele Herzen berührt, das Leben verändert und den Glauben derjenigen wiederhergestellt, die vom Weg abgekommen waren. Die Kirche war bis auf den letzten Platz besetzt und in den Gesichtern der Gemeindemitglieder spiegelte sich eine Mischung aus Ehrfurcht und Freude wieder. Er ist wirklich ein Geschenk des Himmels, murmelte eine ältere Frau, die einen Rosenkranz zwischen zittrigen Fingern hielt. Ich habe noch nie einen so jungen Menschen mit solcher Weisheit und solchem Mitgefühl gesehen, stimmte ein anderer Gläubiger zu, ein Mann mittleren Alters, dessen Augen vor Bewunderung leuchteten. Die Zeremonie begann mit großem Pomp. Priester und Diakone in ihren liturgischen Gewändern führten die heiligen Rituale durch. Ihre Stimmen erhoben sich in Gesängen, die die Luft mit einer fast unantastbaren Feierlichkeit erfüllten. Der Bischof, eine imposante Erscheinung in seinem bestickten Gewand, bereitete sich darauf vor, Daniel zu salben, um seinen Übergang vom Lehrling zum Priester zu symbolisieren. Dies ist ein gesegneter Abend, verkündete der Bischof und blickte mit einem einladenden Lächeln in die Runde. Der Glaube dieses jungen Mannes und seine Hingabe an den Gottesdienst sind ein Beispiel für uns alle. Er ist ein Segen für unsere Gemeinde, ein Mann, dessen Herz wirklich nach Gottes Willen ausgerichtet ist. Daniel stand vor dem Altar und spürte, wie sein Herz mit einer Mischung aus Nervosität und Dankbarkeit pochte. Beim Anblick der vertrauten Gesichter in der Menge spürte er das Gewicht der Verantwortung, die bald auf seinen Schultern lasten würde, aber auch die Wärme der Liebe und Unterstützung derer, die zu seiner geistlichen Familie geworden waren. Ich bin bereit zu dienen, zu leiten und zu lieben, sagte er, während ein stilles Gebet aus seinem Herzen aufstieg. Möge ich ein Werkzeug des Friedens und der Liebe Gottes sein. Inmitten dieser schönen Zeremonie geschah jedoch in dem Moment, als die Gemeinde in Erwartung vereint war und der Bischof die Hand hob, um mit der Salbung zu beginnen, ein völlig unerwartetes Ereignis. In einem Augenblick reiner Gelassenheit und heiliger Erwartung wurde der Frieden der Kirche jäh unterbrochen. Wie aus dem Nichts stürmt eine pelzige Gestalt durch den Haupteingang. Ein Hund ohne Halsband und anscheinend ohne Besitzer, der wildbellend in Richtung Altar lief, genauer gesagt in Richtung Daniel, dem Novizen, der kurz vor seiner Weihe stand. Das große Tier mit den verfilzten Haaren rannte von einer Seite zur anderen, wich geschickt zwischen den Kirchenbänken aus, und die überraschten Gläubigen standen in einer Mischung aus Alarm und Neugierde auf. »Schafft den Hund hier weg«, rief einer der Priester, der sich dem Eindringling vorsichtig nährte und versuchte, ihn einzufangen, aber vergeblich. »Egütiger Himmel, wie ist er hereingekommen«, ihm murmelte eine Frau, die ihren Rosenkranz umklammerte, als suche sie göttlichen Schutz vor dem unerwarteten Chaos. Der Hund, dem die Rufe und Versuche, ihn zu bändigen, gleichgültig waren, rannte weiter umher und verursachte bei einer seiner Eskapaden, dass der heilige Stoff eines der Altartücher über den Boden geschleift wurde. Daniel, der immer noch vor dem Altar stand, beobachtete die Szene mit einem verwirrten Gesichtsausdruck. Er hätte nie gedacht, dass seine Priesterweihe von einem solch bizarren Ereignis geprägt sein würde. Heiliger Antonius, Beschützer der Tiere, »gib uns Geduld«, betete er im Stillen und hoffte, dass der heilige Sinn für Humor haben würde. Die Priester und einige der mutigeren Gläubigen versuchten vergeblich, den ungebetenen Besucher einzufangen, der sich über die Aufregung, die er verursachte, zu amüsieren schien, hier, Hündchen, versuchte einer der Diakone und hielt ihm die Hand hin, in der Hoffnung, ihn zu beruhigen, nur um zu sehen, wie er in eine andere Richtung davonschoss und dabei fast einen Leuchter umwarf. »Gott im Himmel, er wird alles umwerfen«, rief ein Kirchenbesucher, als das Tier im Zickzack an seinen Füßen vorbeiflog. Die Situation war zwar angespannt, aber einige der Anwesenden fingen an, nervös zu lachen, eine unwillkürliche Reaktion auf die absurde Unterbrechung der Zeremonie. Dann, gerade als es schien, dass die Verwirrung nicht mehr schlimmer werden könnte, traf der Hund eine überraschende Entscheidung. Aus einem plötzlichen Impuls heraus schaute er den neuen Priester direkt an, bellte den jungen Mann wild an und ging direkt auf Daniel zu, der immer noch am Altar stand. Das Tier blieb direkt vor ihm stehen, hob seine Vorderpfoten, bellte den jungen Novizen heftig an und griff ihn dann an, sodass der Mann mit dem Tier auf dem Kopf zu Boden fiel. Eine schockierende Stille senkte sich über die Kirche. Die Gläubigen, die wie erstarrt auf ihren Plätzen saßen, beobachteten die Szene mit einer Mischung aus Angst und Unglauben. »Mein Gott, er hat den Priester angegriffen, jemand muss ihm helfen«, riefen die Leute. Daniel schien einen Moment lang genauso überrascht zu sein wie alle anderen und versuchte zu verstehen, was ein solches Verhalten auslösen konnte. Doch das Schlimmste sollte noch kommen. In dem Moment, als der Hund den Mann ansprang, durchfuhr den Jungen eine plötzliche Angst. Er lag da, auf dem Boden, und diese Kreatur knurrte ihn an, und er hatte Todesangst, dass sie ihn beißen würde oder noch Schlimmeres. Für ein paar Millisekunden drehte sich sein Verstand noch um die Worte des Befehls, die gerade ausgesprochen werden sollten, und nun befand er sich plötzlich in mitten einer unvorstellbaren Situation. Der Hund fing an, wütend an der Kleidung des Mannes zu schnüffeln, was Daniel dazu veranlasste, verzweifelt zu versuchen, das Tier von ihm loszuwerden. Wutend brannt ließ der Junge sein wahres Ich vor der ganzen Gemeinde heraus. »Lass mich los, du verdammter Hund, du Stinker, lass mich los«, schrie er, und die Verzweiflung färbte seine Worte mit einer rohen Dringlichkeit. Seine Reaktion schockierte die Kirche, die an seine Gelassenheit und Heiterkeit gewöhnt war. Die Spannung war bemerkenswert, die Luft, die einst von Liedern und Gebeten erfüllt war, vibrierte nun vor Verwirrung und Chaos. Der Hund, entschlossen und agil, ließ nicht locker. Mit einer schnellen und präzisen Bewegung schnüffelte er unter der Tunika des Novizen, und seine Zähne fanden etwas Unerwartetes. »Nein, bitte, lassen Sie ihn los«, flehte Daniel und versuchte vergeblich, die Situation wieder unter Kontrolle zu bringen, aber es war zu spät. Vor den Augen aller zog der Hund einen kleinen Beutel heraus und enthüllte seinen Inhalt. Ein weißes Pulver, das das Licht des Raumes einfing und Zweifel an der Person des Mannes aufkommen ließ. »Was ist das?«, fragte der Bischof und hob das Tütchen vom Boden auf. »Das ist Medizin für meine Migräne«, stammelte Daniel, und seine Stimme zitterte vor Nervosität. »Ich habe viele Anfälle, und ich habe dieses homöopathische Mittel für meine Krankheit gekauft.« Seine Augen flehten um Verständnis, aber die Worte klangen selbst für ihn falsch. Bevor er noch etwas hinzufügen und versuchen konnte, aufzustehen, warf ihn der Hund um und bellte erneut wütend. Er zerrte an der Tunika des Mannes, riss sie auf und enthüllte nicht nur eine, sondern mehrere, viele Taschen, die unter seiner Kleidung verborgen waren. Die Gemeinde schaute entsetzt auf die Szene, aber was, wie ist es dorthin gekommen? »Was ist das alles, Daniel?« Ein Priester nährte sich mit einer Maske des Schocks und der Verwirrung auf seinem Gesicht. Der junge Mann, der nun auf dem Boden lag, kämpfte darum, aufzustehen, und die Hoffnungslosigkeit stand ihm ins Gesicht geschrieben. »Ich kann es erklären, bitte hören Sie mir zu.« Doch seine Worte wurden von dem Geräusch weiterer aufgedeckter Tüten übertönt. Jede einzelne wurde von dem Hund aufgerissen, der entschlossen war, die Wahrheit zu zeigen. Die ganze Kirche schien den Atem anzuhalten. Das Geräusch von zerrissenem Stoff heilte durch den heiligen Raum und markierte nicht nur das Ende der Zeremonie, sondern möglicherweise auch das Ende von Daniels kirchlicher Laufbahn. Einer der aufmerksamen Gottesdienstbesucher sagte, »Das sieht aus wie, ich glaube, jeder weiß, wovon ich spreche.« Als der Bischof erkannte, dass es sich um illegale Substanzen handelte, rief er aus, »Rufen Sie sofort die Polizei«, rief er schließlich mit trauriger und resignierter Stimme. Mit diesem Befehl hatte an diesem Abend niemand gerechnet, schon gar nicht von einem der eigenen Leute. Daniels Verzweiflung war nun deutlich zu spüren, als er vergeblich versuchte, sich zu befreien und wegzulaufen, doch die Männer der Kirche konnten ihn zurückhalten. Die Verheißung eines Lebens, das dem göttlichen Dienst gewidmet war, zerbröckelte um ihn herum und hinterließ eine stumme Frage in der Luft. Wie konnte es so weit kommen? Der Abend, der versprochen hatte, ein Meilenstein des Feierns in der Gemeinde, in der Stadt Kalifornien, zu werden, verwandelte sich schnell in eine Szene des Schocks und der Ungläubigkeit. Die Weihezeremonie, die die Menschen mit Stolz und Freude zusammengeführt hatte, wurde durch das plötzliche Eintreffen der Polizei unterbrochen. Die Gläubigen, die kurz zuvor noch gelächelt und gratuliert hatten, fanden sich nun in einem Strudel von Zweifeln und Verdächtigungen wieder und stellten sich alle dieselbe Frage. Aber was ist denn passiert? Ich verstehe nicht, warum unser Novize so viele Taschen in seinen Kleidern hatte, murmelten sie einander zu, während sie Zeuge der schockierenden Szene wurden, in der einer ihrer geliebten jungen Männer in Handschellen abgeführt wurde. Der Klang von Sirenen, der die heilige Stille der Nacht durchbrach, schien den Ernst des Kommenden anzukündigen. Der Polizeiwagen mit dem Mann fuhr von der Kirche weg und ließ eine erschütterte Gemeinde zurück, die nach Antworten suchte. Auf dem Polizeirevier arbeiteten die Ermittler eifrig weiter. Als sie die Fingerabdrücke und Bilder des mutmaßlichen Novizen mit den verfügbaren Datenbanken abglichen, zeichnete sich ein alarmierendes Bild ab. Natürlich verfolgten der Bischof und einige Priester den Fall mit und waren von den Enthüllungen wie versteinert. Der Junge, Daniel, der in der Gemeinde für seine Hingabe und Freundlichkeit bekannt war, verbarg in Wirklichkeit eine ruchlose Identität. Sein richtiger Name war Manuel Rottweiler, ein Mitglied einer der meistgesuchten Banden für den Handel mit illegalen Substanzen. Die Wahrheit über diese Identität war nur der Anfang eines noch größeren Schocks für alle, die ihn kannten. Die Details, die bei den Ermittlungen ans Licht kamen, waren beunruhigend. Manuel hatte nicht nur die Gemeinde mit seiner falschen Identität getäuscht, sondern er plante auch, die Kirche, einen heiligen Ort von großer spiritueller Bedeutung, in einen Verteilungspunkt für seine illegalen Geschäfte zu verwandeln. Das Vertrauen und der Respekt, die mit dem Amt eines Priesters einhergehen, werden missbraucht, um seine Verbrechen zu erleichtern. Die Stadt, die im Glauben und in der Hoffnung auf bessere Zeiten vereint war, sah sich nun mit einem unvorstellbaren Verrat konfrontiert. Die Enttäuschung und der Schmerz über diese Entdeckung gingen über die juristische Frage hinaus und berührten den Kern des Glaubens und des gegenseitigen Vertrauens. Die Kirche, solange ein Leuchtturm des Lichts und der Hoffnung, war von Manuel als Schauplatz für seine dunklen Pläne auserkoren worden. »Ich kann es nicht glauben«, rief der Bischof, »immer noch untröstlich.« Die Auswirkungen dieser Enthüllungen halten in der ganzen Gemeinschaft wieder. Die Gläubigen, die den Novizen aufgenommen hatten, weil sie in ihm ein Beispiel für Tugend und Hingabe sahen, waren nun gezwungen, nicht nur die Integrität des Mannes, den sie bewundert hatten, in Frage zu stellen, sondern auch die Verwundbarkeit ihres eigenen Glaubens. Was sie jedoch über seine Pläne erfuhren, war der letzte Strohhalm. Die Narben würden nur schwer zu heilen sein, und die Nacht, in der eigentlich der Glaube und das spirituelle Engagement gefeiert werden sollten, würde nun eine düstere Erinnerung an die Zerbrechlichkeit des menschlichen Vertrauens sein. Um besser erklären zu können, was wirklich passiert war, hatte die Bande, die ihre Aktivitäten in diesem Gebiet ausweiten wollte, einen kühnen Plan ausgeheckt. Der junge Manuel Rottweiler, ein relativ neues, aber gerissenes und ehrgeiziges Mitglied der Gruppe, wurde ausgewählt, um sich als Neuling auszugeben. Ziel war es, das Vertrauen der Gemeinde zu gewinnen und sich so in der Stadt zu bewegen, ohne Verdacht zu erregen. Seine Mission war es, ein Scheinpriester zu werden, ein Wolf im Schafspelz, der das ehrwürdige Gewand nicht als Symbol des Glaubens, sondern als Tarnung für seine wahren Absichten benutzt. Die Strategie war genial und unheimlich. Als Priester konnte Manuel mit seiner Tunika, an der kleine Säckchen hingen, durch die Stadt spazieren und sogar die Grenzen am Flughafen passieren, ohne Verdacht zu erregen. Denn wer würde schon einen Mann Gottes verdächtigen? Dieser Status ermöglichte es ihm, die Waren mit einer nie dagewesenen Leichtigkeit und Freiheit zu schmuggeln, was der Bande neue Wege eröffnete und ihre illegalen Gewinne exponentiell steigerte. Seit seiner Ankunft in der Stadt hat Manuel Rotweiler die Identität von Daniel, dem engagierten Novizen, angenommen. Doch seine unappetitliche Anwesenheit bleibt nicht von allen unbemerkt. Einem Hund eines Anwohners in der Nähe der Kirche schien jedoch von Anfang an etwas Seltsames aufgefallen zu sein. Vielleicht war es tierischer Instinkt, vielleicht war es ein besonders scharfer Geruchssinn, aber der Hund schien Manuel vom ersten Moment an misstrauisch zu sein. Irgendetwas an diesem Mann roch nicht richtig, etwas, das über das heilige Gewand und das freundliche Lächeln hinausging. Am Tag der Zeremonie war Manuels Plan bereit, in die Tat umgesetzt zu werden. Er war gerade von einer Reise zurückgekehrt, auf der er eine neue Ladung Taschen zur Verteilung gekauft hatte, die er an seine Tunika hängte. Da er keine Zeit hatte, die Produkte vor der Verkündigung auszuziehen, wollte er sich salben lassen und dann an den dafür vorgesehenen Orten mit dem illegalen Verkauf beginnen. Doch der Hund, der durch den noch stärkeren Geruch der Substanzen unter der Kleidung des Mannes alarmiert wurde, beschloss zu handeln. Sein Eindringen war kein bloßer Unfall, sondern ein Schutzangriff. Das Tier fühlte sich gezwungen einzugreifen, sei es aus Instinkt oder weil es sich der von Manuel ausgehenden Gefahr bewusst war. Deshalb unterbrach der Hund in dieser Nacht nicht nur die Zeremonie, sondern stürzte sich auch auf den Gauner und entlarvte so die wahre Natur des Händlers. Seine Aktion, obwohl chaotisch, war wie ein Weckruf, eine Warnung an die Gemeinschaft, die Augen für den Wolf zu öffnen, der sich unter ihnen versteckt. Es war, als wolle der Hund seine geliebte Stadt vor diesem Verbrecher schützen und dafür sorgen, dass alles und jeder in Ordnung ist. Nach der turbulenten Nacht in der Kirche war die Verhaftung von Manuel Rottweiler der Beginn einer umfassenden Operation zur Zerschlagung der Bande, der er angehörte. Mit den Informationen, die durch den gescheiterten Versuch des ehemaligen Novizen, sich als Priester in die Gemeinde einzuschleusen, gewonnen wurden, intensivierten die Behörden ihre Ermittlungen. Mit jedem Tag, der verging, wurden neue Spuren verfolgt, neue Verdächtige befragt und das Drogenhandelsnetz begann sich langsam zu entwirren. Wir werden nicht aufhören, bis alle Beteiligten hinter Gittern sind, versprach der Polizeichef auf einer Pressekonferenz und seine Entschlossenheit spiegelte das Engagement des Gesetzes zum Schutz der Stadt Kalifornien und ihrer Umgebung wider. Doch inmitten des Sturms der Ereignisse tauchte eine unerwartete Heldengeschichte auf, die die Herzen der Gemeinde erwärmte. Der Hund, dessen entschloss Enes Eingreifen Manuel und seine ruchlosen Pläne aufgedeckt hatte, wurde schnell als Held der Stadt gefeiert. Seine mutige Tat hatte nicht nur die Kirche davor bewahrt, zu einem Umschlagplatz für illegale Produkte zu werden, sondern auch den erschütterten Glauben der Gläubigen an das Gute in der Welt wiederhergestellt. Heldenhund flüsterten die Leute voller Bewunderung, wenn sie ihn durch die Straßen gehen sahen. Jetzt wurde er immer von Mitgliedern der Gemeinde oder dem Sicherheitsdienst der Kirche begleitet. Die Kirche selbst erkannte die wichtige Rolle, die das Tier spielte, und beschloss, ihn offiziell zu adoptieren. Der Besitzer konnte es sich nicht leisten, das Tier zu behalten, und so waren alle froh, dass es nun ein anständiges Zuhause hatte. Ihm zu Ehren wurde eine besondere Zeremonie organisiert, bei der er als Wächter der Kirche getauft wurde, ein lebendiges Symbol der göttlichen Wachsamkeit und des Schutzes. Er ist eine Erinnerung daran, dass das Licht selbst in den dunkelsten Situationen einen Weg durch jedes Geschöpf Gottes finden kann, erklärte der Bischof während der Zeremonie und streichelte liebevoll den Kopf des Hundes, der auf den Namen Uriel getauft wurde, was frei übersetzt so viel wie heroisches Licht oder göttlicher Held bedeuten könnte. Das Tier, das nun ein neues Zuhause und eine neue Aufgabe hat, schien sich der Bedeutung seiner Rolle bewusst zu sein und nahm seinen Platz an der Seite des Sicherheitsdienstes der Kirche mit einer fast menschlichen Würde ein. Uriels Geschichte verbreitete sich schnell und stärkte den Glauben und die Moral derer, die von dem Schatten der Enttäuschung berührt worden waren. Die Gemeinschaft erholte sich zwar immer noch von den schockierenden Enthüllungen über Manuel, fand aber allmählich Kraft in der Solidarität und in der Gewissheit, dass sie gemeinsam alle Widrigkeiten überwinden konnten. Unser Glaube wurde auf die Probe gestellt, aber nie gebrochen, sagte einer der älteren Gläubigen, den Blick auf die ruhige Gestalt des Hundes gerichtet, der nun den Kirchhof bewachte. Und das haben wir diesem kleinen Helden zu verdanken, rief der Mann aus. Jetzt, da Manuel Rottweiler hinter Gittern war und die Justiz die restlichen Bandenmitglieder gefasst hatte, konnten die Stadt und die Kirche endlich aufatmen. Die Dunkelheit war vertrieben worden, nicht durch Gewalt oder menschliche List, sondern durch das unerwartete Eingreifen eines Hundes, der nicht nur zum Wächter der Kirche, sondern auch zum Wächter der Herzen und Seelen seiner Gemeinde wurde. Untertitelung des ZDF für funk, 2017